Herzlich Willkommen zu einem weiteren Produkt Review auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Grave Master M20 Allesschneider, ein Gerät, das in keiner anspruchsvollen Küche fehlen sollte. In diesem Video werden wir die Stärken und Schwächen dieses Allesschneiders aufdecken und herausfinden, ob er wirklich hält, was er verspricht. Bleiben Sie dran, denn dieser Grave Master M20 Test könnte entscheidend für Ihre nächste Kaufentscheidung sein. Beginnen wir mit dem, was den Grave Master M20 wirklich ausmacht. Eine beeindruckende Leistungsfähigkeit. Ausgestattet mit einem flüsterleisen, aber dennoch kraftvollen Motor, schneidet dieses Gerät alles von hauchdünnem Rohschinken bis hin zu knusprigem Brot. Das glatte Vollstahlmesser mit einer Länge von 22 cm sorgt für präzise Schnitte, macht den Unterschied bei der Zubereitung feiner Delikatessen. Die stufenlose Schnittstärken-Einstellung von 0 bis 20 mm bietet maximale Flexibilität, sodass sowohl dünne als auch dicke Scheiben mühelos möglich sind. Doch nicht nur die Leistung überzeugt, auch das Design und die Verarbeitung des Grave Master M20 sind bemerkenswert. Die Vollmetallausführung in Kombination mit der freitragenden Konstruktion verleiht dem Gerät nicht nur Stabilität, sondern auch eine ansprechende Optik, die in jeder Küche ein Highlight darstellt. Besonders erwähnenswert ist die hygienische Glasbodenplatte, auf der die geschnittenen Scheiben direkt aufgefangen werden können. Ein praktisches Feature, das die Reinigung erleichtert. Zusammengefasst zeigt der Grave Master M20 Test, dass dieser Allesschneider eine exzellente Wahl für alle ist, die in ihrer Küche Wert auf Qualität und Präzision liegen. Ob für den täglichen Gebrauch oder für besondere Anlässe, dieser Allesschneider erfüllt höchste Ansprüche und ist sowohl für Hobbyköche als auch für Profis geeignet. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Allesschneider sind, der sowohl in Sachen Leistung als auch Design überzeugt, könnte der Grave Master M20 genau das Richtige für Sie sein. Erpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Küche mit diesem hochwertigen Gerät auszustatten. Das war unser Review zum Grave Master M20 Allesschneider. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere spannende Produkttests. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welches Produkt wir als nächstes testen sollen. Bis zum nächsten Mal.